Digital und Binnendifferenziert – das Potenzial digital gestufter Lernhilfen für den Biologieunterricht Herzlich willkommen im Basismodul Nutzungsweisen und Lernwirksamkeit. Was erwartet Sie in diesem Video? Im Basismodul Nutzungsweisen und Lernwirksamkeit soll es um die Fragen gehen, wie das Nutzungsverhalten von Lernhilfen im Allgemeinen aussieht und wie sich Lernende im Nutzungsverhalten unterscheiden. In der zweiten Hälfte dieses Videos widmen wir uns der Frage, inwiefern sich die Nutzung von gestuften Lernhilfen positiv auf das Lernen der SchülerInnen auswirkt. Das Modul besteht aus diesem Video sowie einer Sammlung hilfreicher Literaturempfehlungen und Linktipps. Auch dieses Modul endet mit einem Self-Assessment-Test. Nehmen Sie sich zu Beginn gerne fünf Minuten Zeit, um über folgende Fragen nachzudenken. Machen Sie sich gerne Notizen oder teilen Sie Ihre Erfahrungen im Forum. Frau Ann-Kathrin Neumann erläutert uns nun die Nutzungsweisen von gestuften Lernhilfen. Genau, Frieda. Vielen Dank für die Überleitung. Es ist unvermeidlich, dass SchülerInnen bei ihren Aufgaben auf Unklarheiten oder Schwierigkeiten stoßen und Hilfe benötigen. In einer solchen Situation ist es für SchülerInnen sinnvoll, Ressourcen zu nutzen, um sich die notwendige Hilfe zu sichern und den Lernprozess fortzusetzen. Eine Möglichkeit, Hilfe zur Verfügung zu stellen, sind gestufte Lernhilfen. Werfen wir einmal einen Blick in die Forschung. Was ist über das Nutzungsverhalten zu den gestuften Lernhilfen bekannt? Nach aktueller Studienlage lassen sich drei verschiedene Nutzungstypen unterscheiden. Das angemessene Hilfesuchverhalten, das vermeidende Hilfesuchverhalten und das abhängige Hilfesuchverhalten. In Studien konnte belegt werden, dass SchülerInnen, die ein angemessenes Hilfesuchverhalten zeigen, also Hilfe annehmen können, aber gleichzeitig auch eigenständig arbeiten, bessere Ergebnisse in Wissenstests erzielen, eine höhere akademische Selbstwirksamkeit sowie eine höhere Lernzielorientierung aufweisen, eine höhere soziale Eingebundenheit wahrnehmen sowie eine positivere Einstellung zum Unterricht haben. Bei einem vermeidenden Hilfesuchverhalten lehnen die Lernenden Unterstützungsangebote eher ab. Aussagen wie »Das kann ich auch alleine« oder »Die Hilfen helfen überhaupt nicht« sind typisch bei diesem Verhaltensmuster. Hilfreich kann es hier sein, über den Sinn der Hilfen aufzuklären oder exemplarisch einzelne Hilfen konkret in ihrer Anwendung zu zeigen, sodass die Vorteile erkannt werden können. Den SchülerInnen, die schon die Antwort kennen, kann verdeutlicht werden, dass Hilfen auch zur Selbstkontrolle eingesetzt werden können. Das abhängige Hilfesuchverhalten ist daran zu erkennen, dass die Lernenden direkte Instruktionen einfordern, also Hilfen, die unmittelbar zur Lösung führen. Dieses Verhalten ist gekennzeichnet durch eine eher geringe Frustrationstoleranz und eine gering ausgeprägte Anstrengungsbereitschaft. Hilfreich wäre der Einsatz der Hilfen bei sehr leichten Aufgaben, um die Möglichkeiten zur Frustration gering zu halten. Auch das Arbeiten im Team kann hier helfen. Kommen wir nochmal zurück zum angemessenen Nutzungsverhalten. Studien belegen, dass die Nutzung von gestuften Lernhilfen in einem angemessenen Nutzungsverhalten positive Effekte auf verschiedenen Ebenen aufzeigt. Damit ist gemeint, ein Nutzungsverhalten, bei dem die Lernenden Unterstützungsangebote annehmen und gleichzeitig eigenständig arbeiten. So fördert die angemessene Nutzung von gestuften Lernhilfen die Motivation und das Interesse, insbesondere das Autonomie erleben, das Kompetenz erleben, die intrinsische Motivation und das situationale Interesse. Außerdem ist die Hilfesuche eine wichtige selbstregulierende Strategie, die zum Lernen der SchülerInnen beiträgt. Im Modell von Bokar werden drei miteinander verzahnte Schichten der Selbstregulation beschrieben. Regulation des Selbst, Regulation der Lernprozesse und Regulation der Wahl der kognitiven Strategie. Aufgaben mit gestuften Lernhilfen sind insbesondere dazu geeignet, die beiden inneren Schichten, also die Regulation der Wahl der kognitiven Strategie und die Regulation des Lernprozesses zu verbessern. Die SchülerInnen werden bei den Fragen unterstützt, in welchen Situationen welche Lernstrategien sinnvoll eingesetzt werden können. Das Besondere bei Aufgaben mit gestuften Lernhilfen liegt darin, dass lernstrategische Hilfen mit inhaltlichen Aspekten kombiniert und abgewechselt werden. Bei wiederholtem Einsatz können langfristige Effekte auf das selbstständige Arbeiten der SchülerInnen erzielt werden. Ein ebenso positiver Einfluss der gestuften Lernhilfen im Biologieunterricht konnte im Bereich des Wissenserwerbs nachgewiesen werden. Insbesondere SchülerInnen mit geringem Vorwissen profitieren von gestuften Lernhilfen hinsichtlich ihrer Lernleistung im Biologieunterricht. In den hier zitierten Studien wurden die gestuften Lernhilfen während des Experimentierens eingesetzt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Super, vielen Dank für die spannenden Einblicke, Frau Neumann. Ich fasse nochmal zusammen. Wir können also sagen, dass insbesondere die Ausbildung und Förderung eines angemessenen Hilfesuchverhalten der SchülerInnen das Ziel sein sollte. SchülerInnen, die in der Lage sind, eigenständig zu arbeiten, aber bei Schwierigkeiten Hilfe annehmen können, zeigen ein höheres Interesse und eine höhere Motivation, eine verstärkte Selbstregulation sowie einen höheren Wissenserwerb. Wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns im nächsten Video.